Es ist aus meiner Sicht extrem faszinierend, dass wir derzeit eindeutig bärische Kursmuster an den Aktienmärkten sehen, aber auf der anderen Seite bullische Narrative kursieren, buy the dip, Weihnachtsrally, alles wird gut, macht euch locker und das ist für mich eine ziemlich brenzlige Situation, in der wir sind, zumal sehr eindeutig technischer Schaden auch bei den Aktienindizes entstanden ist und diese Divergenz zwischen Mentalität, wo die Investoren versuchen die Weihnachtsrally zu rechtfertigen und zu retten, auf der einen Seite und der Sprache der Kurse auf der anderen Seite, das wollen wir uns in diesem Video mal anschauen. Ich hatte am Montag den Videoausblick tituliert, es wird brutal, damit nicht gemeint, dass es nur brutal nach unten geht, sondern dass wir brutale Volatilität sehen, dann haben viele geschrieben, der Fugmann schon wieder sagt, es wird brutal und dann geht es nach oben. Naja, es ging kurz mal nach oben am Montag, aber insgesamt ja massive Bewegungen am Freitag, letzten Freitag massiv nach unten, am Montag dann massiv nach oben, am Dienstag dann mit den Aussagen von Paul massiv nach unten, gestern erst massiv nach oben, dann massiv nach unten, also da ist schon einiges am Start und die Angst wäre viel, viel größer, wie Figuring Out Money hier nochmal zeigt. Wenn wir etwa bei diesen Aktien wie Nvidia, Tesla, Microsoft und Apple nicht eine solche Stärke hätten, wenn man mal guckt, wie weit die von ihrer 50-Tages-Linie sind, also von einem wichtigen gleitenden Durchschnitt, da muss man schon Raketen hinschießen, so weit ist das entfernt und wenn das mal irgendwie korrigiert, dann wird es unangenehm, denn es sind diese Aktien, die das Ganze noch irgendwie am Start halten. Hier sehen wir nochmal Omicron am Freitag, Dow Jones minus 905 Punkte, am Montag plus 236, am Dienstag minus 652, gestern minus 461. Wir sind beim S&P 500 jetzt unter, das erste Mal seit Oktober, seit 13. Oktober unter dem 50-Tages-Durchschnitt gefallen und beim Dow Jones das erste Mal seit Juli unter den 200-Tages-Durchschnitt und Fundstrat, die schon am Montag gesagt hatten, passt auf, dieser Bounce am Montag mit der Rallye, der ist nicht zuverlässig, die sagen, okay, wir haben jetzt eine Unterstützung in dieser Zone, 4.500 Punkte, 4.550 Punkte, der 50-Tages-Durchschnitt beim S&P 500 bei 4.530, da sind wir gestern mal durchgefallen, aber wir sehen jetzt ein Muster immer wieder, es geht zunächst mit einem, es geht an der Wall Street, dann zum Handelsende meistens doch deutlich runter, dann kommt der asiatische Handel, dann geht es nach oben, die Europäer machen weiter, dann öffnet die Wall Street mit einem dicken Gap und dann geht es wieder nach unten, das ist aber kein bullisches Muster, meine Damen und Herren, das sind bärische Muster. Schauen wir uns mal hier die Aussagen nochmal von Jeromicron an, dem gefährlichsten Virus, das derzeit zirkuliert für die Märkte, nämlich der hawkischen Drehung von Jerome Powell, der gestern ja seine Aussagen wiederholt hat. Jetzt hat Mester heute, Loretta Mester, das nochmal bestätigt, also schneller mit dem Tapering fertig werden, damit wir dann die Zinsen anheben können. Heute kommen einige Fatspeaker noch oben drauf. Aber was dann gestern die Drehung verursacht hat, das waren zunächst mal Aussagen von Fatschef Williams, der eben eigentlich als doffisch gilt, aber dann eben auch hier gesagt hat, Faster Tapering, der gesprochen hat von Inflation, aber der vor allem Stagflationsängste hervorgerufen hat, weil er eben gesagt hat, ja, also der Rebound, der scheint sich zu verlangsamen in der Wirtschaft und auf der anderen Seite scheint sich die Inflationsdynamik in bestimmten Bereichen zu beschleunigen. Da waren die Aktienmärkte not amused an der Wall Street und wir sehen, dann kam die Meldung Omikron auch nachgewiesen jetzt in den USA. Die Amerikaner haben mir wahrscheinlich gedacht, ja, wir sind Supermacht, gell? Also die anderen haben das Omikron, bei uns traut sich das nicht rein. Aber das war dann doch tatsächlich der Fall. Hier Zero Hedge fragt zurecht, da haben die Algorithmen wirklich geglaubt, dass das dann nicht nach Amerika kommt, schwer vorzustellen. Aber als diese Meldung kam von der CDC, dann purzelten die Kurse. Es handelt sich um einen doppelt geimpften, oder nicht geboosterten aus San Francisco, mit den bisher milden Symptomen, so heißt es. Aber das war das, was die Märkte dann ziemlich erschüttert hat. Wenn wir jetzt mal die neuesten Daten aus Südafrika sehen, dann ist eine sehr starke Beschleunigung erkennbar, wie Christina Pagell hier schreibt. Das ist die Frau, die maßgeblich an der Entdeckung hier des Omikrons, der Omikron-Variante beteiligt war. Und Fauci hat gestern auch jetzt etwas weniger optimistisch geklungen, als er gesagt hat, ja, also die Molekularstruktur von Omikron deutet darauf hin, dass hier die Vakzinen nicht wirklich wirksam sein könnten. Zurück zu den Märkten. Wir haben also jetzt den Dow gestern 460 Punkte im Minus gesehen. Das ist insofern erstaunlich, als wir ja schon 520 Punkte im Plus waren. Also das sind 1000 Punkte, die da mal eben von oben nach unten dann praktisch gelaufen sind. Der S&P 500 mit minus 1,2 Prozent unter der 50-Tageslinie. Der Nasdaq Composite war schon 1,8 Prozent im Plus, um dann 1,8 zu fallen. Also das ist schon eine heftige Geschichte. Das kann auch zusammenhängen mit Steuern. Also hier versuchen viele Amerikaner wahrscheinlich noch ihre Loser loszuwerden. Also praktisch noch Verluste geltend machen zu können. Es sind ja einige Aktien durchaus gefallen. Wenn man sich mal die Marktbreite anschaut, dann sind es ja vorwiegend die großen Tech-Aktien, die das Ganze so schön in den Indizes erscheinen lassen. Aber die kleinen Aktien, ich hatte das mehrfach schon gesagt, oder andere Aktien sind da weniger erfolgreich. Und die zeigen besondere Schwäche derzeit möglicherweise, weil die Amerikaner eben, wenn sie andernorts auf Gewinnen sitzen, jetzt ihre Loser verkaufen, ihre Verlierer verkaufen, um das dann steuerlich gegenrechnen zu können. Das könnte ein wichtiger Punkt sein. Auch erklären, warum solche Big-Tech-Stocks wie Apple eben da stehen, wo sie stehen, obwohl die Lage sich auch hier nicht wirklich verbessert. Aber sei es drum. Hier jedenfalls sehen wir dieses Muster-Gap ab. Also erstmal ein Aufwärts-Gap, das dann wieder abverkauft wird. Was die Bullen bräuchten, wie Sven Hendrick hier zeigt, ist ein Abwärts-Gap, das dann in eine Rallye mündet. Das ist eine bessere Aussage aus Sicht der Bullen. Und gestern waren wir zum Beispiel im S&P 500, 85 Punkte im Plus, um dann 140 Punkte negativ zu sein. Also das sind 225 Punkte. Das ist eine verdammt große Strecke, die da absolviert wurde. Wir sehen auch interessant, obwohl ja gestern mit dieser Meldung Omikron auch in den USA dann abverkauft wurde, sind die Stay-at-home-Stocks, also die Zuhause-Bleib-Aktien wie Netflix, wie Amazon, die haben davon nicht profitiert. Die sind auch gefallen. Und was besonders interessant ist, wir sehen, dass die teuren Aktien besonders unter Druck gekommen sind. Sind auch gestern wieder, nämlich die Aktien mit einem hohen Price-to-Sales-Ratio, also mit einer hohen Marktkapitalisierung in Relation zum Umsatz. Man flüchtet also in Qualität und geht raus aus dem Junk, denn es ist schlichtweg so, und das ist glaube ich der entscheidende Punkt, der noch nicht so richtig erkannt wird. Wenn Jerome Powell jetzt nicht mehr der Unterstützer der Aktienmärkte ist, der die Aktienmärkte bei jeder Gelegenheit beruhigt, sondern jetzt oberster Inflationsbekämpfer ist, dann ist das eine schlechte Nachricht für völlig inflationierte Vermögenspreise, wie wir sie eben in den Aktienindizes, in den Aktienmärkten sehen. Dementsprechend wäre ich da jetzt ein wenig vorsichtiger. Man unterschätzt wahrscheinlich dieses Potenzial, das von der Fed ausgeht. Die Flut hebt alle Boote, aber jetzt wird eben faktisch angedeutet, dass diese Flut endet. Und dann werden wir eben sehr schnell sehen, und das zeigt eben diese Grafik hier, wer nackt gebadet hat in der Flut, wer dann plötzlich keine Unterhose mehr an hat. Und das sind sehr, sehr viele. Hier sehen wir übrigens mal den Nasdaq 100, den Dezember Future, auf Tagesbasis, also ein etwas längerer Chart. Das könnte eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sein, meine Damen und Herren. Aber wir haben ja diese bullischen Narrative. Es wird schon alles gut, wir wollen die Weihnachts-Ready-Ratten. Und so hat Mr. Kolanovic von JP Morgan nochmal gesagt, also guckt mal hier, also die Omikron-Variante, die scheint zwar hoch ansteckend zu sein, aber milder zu sein. Und das ist eine verdammt gute Nachricht schon deshalb, weil die dann wahrscheinlich die Delta-Variante verdrängt, also eine mildere Variante verdrängt, eine gefährlichere, so die These von Kolanovic, der natürlich langjährige Erfahrung als Virologe hat. Bill Ackman stimmt ihm dazu. Ja, das könnte sich bullisch ausdrücken in den Märkten, dass also hier diese mildere Variante sich durchsetzt. Wir wissen es nicht, aber es zeigt eben das Bedürfnis hier, diese bullischen Narrative, die Weihnachts-Rallye aufrechtzuerhalten. Kolanovic hatte ja gesagt, Value, Value, Value. Das sind jetzt die Aktien, die besonders unter Druck sind, eben diese Sektoren, die überhaupt nicht gut laufen. Rohstoffe laufen derzeit nicht gut, all das hatte Kolanovic empfohlen. Aber hier sehen wir nochmal andere Kaufempfehlungen. Kauf den Dip, Antony Scaramucci, Nancy Tengler. Hier nur eine Zusammenstellung von einigen Meldungen vom 26. November, also praktisch in Reaktion auf den Abverkauf von Black Friday. Letzte Woche haben schon alle gesagt, musst du kaufen, musst du kaufen, musst du kaufen. Aber auch der Wichs spricht eine andere Sprache. Wir sehen hier, die Wohler ist deutlich gestiegen, hat hier einen Boden ausgebildet. Ganz klar im Bereich 15, 16. Rückschnapper sind in diesem Chart logisch und wahrscheinlich. Das heißt, wir werden immer wieder diese Counter-Rallys bekommen. Die Frage ist nur, wie nachhaltig sind die und ist das der übergeordnete Trend oder ist das sozusagen die Gelegenheit, ein bisschen abzuladen. Diese Entscheidung ist denen überlassen. Aber wir sehen hier mal, wie groß der Stress schon in den Märkten ist. Oben sehen wir den S&P 500 und unten sehen wir den Value Line Geometric Index, der also praktisch alle Aktien, die hier in dem Index sind, gleichgewichtet. Wir sehen, wie viel schwächer dieser Value Line Geometric Index ist und wir sehen den Stress bei Junk, bei HYG. Das ist ein maßgebliches ETF auf Junk Bonds. Da sehen wir, dass da schon richtig Stress ist, dass eben Qualität jetzt zählt und Junk wird abverkauft. Junk ist schlecht. Und hier schauen wir uns mal an. Quartalschart im S&P 500, also jedes Quartal eine Kerze und da sind eingezeichnet immer diese QIs durch die Fed etc. QI infinitive, also praktisch, oder infinitive, also praktisch ewiges QI. Und wir sehen mal, wie der S&P 500 über sein Bollinger Band hinausgeschossen ist, aber eben immer mit diesem Booster QI, 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 also Liquidität durch die Fed. Aber was ist, wenn die jetzt eben praktisch abgesagt wird? Noch fließt ja diese Liquidität, aber sie wird eben praktisch reduziert. Wir sehen beim Dow Jones einen Fehlausbruch aus dieser Range. Wäre typisch, wenn er dann unten nochmal antestet, diese untere Seitwärtskanal-Geschichte antestet, um dann wieder nach oben zu schnappen. Wäre durchaus wahrscheinlich. Und wenn ich vorhin von Junk gesprochen habe, dann müssen wir über meine zweitbeste Freundin sprechen, Cathie Wood. Wir sehen gestern, dass ihr ARK-Case erst einmal seit langer, langer Zeit unter 100 gefallen ist. Und wie Julian Bridgen richtig sagt, diese Aktien oder diese Werte, die Madame Wood im Depot hat, die leben sozusagen und sterben von derselben Hand. Sie lebten durch die Liquidität der Fed und sie werden sterben durch die Liquidität der Fed. Wir sehen also hier, dass die Gefahr wohl am größten ist. Was ich erstaunlich finde, ist, dass die CEOs und Corporate Insiders so viel verkauft haben jetzt wie noch nie. Also praktisch von ihren Optionen, von ihren Aktien, die sie haben. Das ist das eine. Wir haben ja kürzlich gehört, Santella von Microsoft hatte praktisch die Hälfte seiner Aktien verkauft. Amazons, Bezos hatte hier viel verkauft. Auf der anderen Seite aber kaufen eben diese Firmenchefs für ihre Firmen ihre eigenen Aktien zurück. Die Buybacks auf absolutem Rekordniveau. Also für sich persönlich sagen sie, verkaufe ich besser. Für die Firmen dagegen wird gekauft. Was soll uns das eigentlich sagen? Finde ich hochproblematisch und wirklich schwierig. Apple ist ein Meister in dieser Disziplin, der Buybacks und die Apple-Aktie hält sich ja viel besser. Warum das so ist, da haben wir gestern Abend einen Artikel darüber geschrieben. Apple-Aktie viel besser als die Indizes. Hedge gegen fallende Märkte werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Heute Nacht dann die Meldung jetzt von Bloomberg. Oh, Apple hat seinen Zulieferern gesagt, dass die Nachfrage nach iPhones wohl nicht so richtig toll ist. Und das jetzt in diesem Weihnachtszyklus, in dem wir gerade sind. Also das wird interessant. Wenn jetzt die Großen anfangen zu schwächeln, wenn eine Apple, wenn eine Tesla, wenn eine Nvidia, wenn eine Microsoft, wenn eine Google anfängt zu schwächeln, dann wird es schwierig. Schwierig ist es schon in der Türkei. Da sehen wir die Hyperinflation in ihrem Endstadium oder in ihrem vollen Lauf. Hier hat jetzt Erdogan den Finanzminister rausgeschmissen und will ihn ersetzen durch einen, der also praktisch da willig sagt, ja, hohe Zinsen sind schlecht. Wir brauchen zur Bekämpfung der Inflation Zinssenkungen. Da ist ja der Ratschieb der Einzige auf der Welt, der das annimmt, gell? Man sieht die Folgen in der Lira. Noch kurz frische Meldung vom IFO. Die Lage der Autoindustrie hat sich verschlechtert. Gar nicht mal bei den Autobauern selber. Die machen ja ganz gute Geschäfte, obwohl sie viel weniger Autos verkaufen. Aber die Margen sind super, weil eben die Preise steigen. Aber bei den Zulieferern, die kriegen diesen ganzen Druck richtig ab. Da wird es viele, viele Pleiten geben. Da bin ich gespannt, wie diese Situation sich weiterentwickelt. Und Sie sollten gespannt sein, meine Damen und Herren, ob die Weihnachtsrallye jetzt abgesagt ist. Heute 18.30 Uhr. Ich packe den Live-Link, also den Link, unter dem Sie das heute ab 18.30 Uhr sehen können, packe ich unter das Video. Gast ist Stefan Heibel, ein absoluter Sentiment-Experte. Also Stimmung, Psychologie an den Märkten. Der macht Umfragen, der macht Erhebungen und zeigt, was daraus zu schließen ist. Das sind sehr, sehr wichtige Dinge, die, glaube ich, jeder, der an den Märkten handelt, kennen und beachten sollte. Heute 18.30 Uhr. Ich packe, wie gesagt, den Live-Link unter das Video, verweise nochmal auf den Apple-Artikel und schauen wir mal, ob das Muster sich so fortsetzt. Jetzt in Europa dann erstmal steigende Kurse, nachdem Asien die Vorlage geliefert hat und dann wird es schwieriger. Der große Punkt ist, nach meiner Auffassung, die FED ist nicht mehr der Rückenwind, sondern jetzt tendenziell der Gegenwind für die Märkte und das ist sozusagen der Game Changer, der sich hier ereignet hat. Jetzt erstmal das Allerbeste. Servus und ciao.